Weil wir nicht wegschauen können, wenn es an allen Ecken brennt, rücken wir aus, um für unsere Gemeinschaft einzustehen. Und in Europa traucht es ordentlich. Doch wir haben bereits bewiesen, dass wir einen langen Atem haben. Und so organisieren wir uns auf europäischer Ebene, um unser Österreich stark zu machen. Und um mit Weitsicht Europa besser zu machen. In Brüssel, für unser Österreich, für unser Europa.